Ja, hallo und guten Tag, liebe gesundheitsinteressierte Erdbewohner von dieser wunderschönen Kugel. Blasenentzündungen, Beckenbodenentzündungen, Nierenentzündungen, ja all diese Geschichten sind sehr, sehr schmerzhaft und auch bei vielen Frauen, weniger bei Männern, ein sehr schmerzhaftes, leidiges Thema, was sicher jeder schon mal in seinem Leben erlebt hat, durchgelebt hat oder regelmässig und sehr oft durchgelebt hat. Über dies möchte ich heute erzählen. Mein Name ist Christian Frautschi, Professor des Lebens. Viel Spass beim Zuhören. Blasenentzündungen, Nieren, Beckenbodenentzündungen und all das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr leidiges Thema, das sehr häufig und häufiger bei Frauen ein Thema ist als bei Männern und das muss eigentlich nicht sein. Sehr oft habe ich Klienten, Klientinnen mit diesem Thema in der Praxis. Wenn ich dann hingehe und arbeite, spüre ich da, dass sehr, sehr oft diese Themen nicht nur bakteriell bedingt sind, weil bei der Frau zum Beispiel der Harnweg viel kürzer ist bis zur Blase als bei dem Mann und deswegen bakteriell bedingt bei der Frau häufiger vorkommt als beim Mann. Meistens ist es so, wenn jemand sehr oft Blasenentzündungen hat, hat das einen viel, viel, viel tieferen Hintergrund. Und zwar können diese Hintergründe, diese Ursachen auf der seelischen Ebene sehr, sehr tief und sehr weit zurückliegen. Wenn jemand sehr häufig Blasenentzündungen hat, hat das in der Regel damit zu tun, stimmt die Partnerschaft, stimmt der Umgang mit dem Geschlecht, das heisst mit der Weiblichkeit eine Rolle, stimmt das, wie man mit sich umgeht oder wie man mit einem umgegangen wird. Frauen, die ja vielleicht eine Vergangenheit haben, die nicht so lässig sind, sei es sexuell bedingt, Übergriffe, sei es aber auch moralische Übergriffe von Männern, Erniedrigungen, Hass, Wut oder was auch immer, hat das natürlich immer einen Einfluss auf die Harmbildung, auf den ganzen Körper, weil das staut sich in einem an und dieses ganze Thema wird dann wie irgendwie in der Niere gesammelt und ausgeschwemmt über das ganze Blasensystem und Harnwege. Und wenn da ein, wie soll ich es jetzt mal sagen, ein toxisches, ein giftiges Verhältnis gegenüber der Weiblichkeit ist, gegenüber dem Partner ist oder was auch immer, brodelt es da natürlich sehr stark im Untergrund. Diese Probleme, die haben eigentlich nicht viel mit dem üblichen, was die Schulmedizin in dem Sinne sagt, dass das nur bakterielle Bedingungen sind und deshalb auch bei Frauen häufiger auftreten als bei Mann, stimmen in diesem Fall so halt eben nicht immer. Wie gesagt, das kann oft der Fall sein, aber nicht immer. Bei 90 Prozent meiner Klientinnen, die oft, häufig, Blasenentzündungen haben, Harnwegeentzündungen haben, Nierenbeckenentzündungen haben, Nierengeschichten haben, sind diese Ursachen, wie gesagt, tief. Wenn diese Ursachen dann gelöst werden dürfen durch meine Arbeit, weil ich ja da sehr in grosse Tiefe hineingehe und sogar Generationen zurückgehe, was ist mit den Vorfahren geschehen? Wie ist der Grossvater, der Urgrossvater zum Beispiel mit der Grossmutter, mit der Urgrossmutter umgegangen? Wie ist das Ganze übertragen worden von der moralischen Einstellung gegenüber einer Frau? Oder was auch immer diese Themen betrifft, ist das dementsprechend sehr oft, sehr oft der Auslöser von diesen leidigen Blasen- und Nierenbeckenentzündungen. Wie gesagt, es ist zu einfach, einfach zu sagen, es ist bakteriell bedingt und kann mit Antibiotika behoben werden. Ihr wisst selbst, Antibiotika ist länger, sie mehr umschritten und längere Einnahmen oder wiederholte Einnahmen von Antibiotika bilden natürlich eine sehr grosse Resistenz gegenüber diesem eigentlich so wunderbaren Medikament und dementsprechend nützt es dann nicht mehr. Also, es hilft, wenn man wirklich da sehr, sehr in die Tiefe geht, so wie ich das bei meiner Arbeit mache. Das braucht auch Zeit, das ist ganz klar, das ist nicht nur mit ein, zwei Sitzungen behoben, sondern es braucht halt manchmal vier, fünf, sechs oder sieben Sitzungen oder je nachdem, bis dieses Thema, das wirklich sehr, sehr in der Tiefe liegt, wie mit dem weiblichen Geschlecht oder umgekehrt mit dem männlichen Geschlecht umgegangen wurde oder umgegangen wird, um dies Ganze aufzulösen. Also, was man machen kann, nebst das, was die Schulmedizin empfiehlt mit Antibiotika, was ich, wie gesagt, nicht gerne unterstütze, ist wichtig, dass, wenn wir eine Blasenentzündung haben, wenn die Nieren angeben, wenn es da hinten kneift und man denkt, ja, habe ich Rückenschmerzen und man genau hinschaut, wo sind die überhaupt, kann es auch sein, dass, wie gesagt, die Nieren angeben. Wenn man das hat, dann ist sehr, sehr wichtig, dass man viel trinkt. Ich empfehle Ihnen bei diesem Fall immer, für die nächsten drei, vier Wochen, jeden Morgen, jeden Morgen bis Mittags, einen Liter Brennnesseltee zu trinken. Brennnesseltee schwemmt sehr gut aus und das hilft sehr, diese Entzündung, diese bakteriellen Entzündungen auszuschwemmen und die ganzen Schleimhäute schlussendlich wieder aufgebaut werden können. Nur bis Mittags, ein oder zwei Uhr spätestens, Brennnesseltee trinken, aus dem Grunde, dass der Körper nicht allzu sehr ausgeschwemmt wird und sich dann in den Nachmittag oder in den Abend noch hineinzieht und wird dann schlussendlich fast austrocknen. Wichtige, wie gesagt, jeden Morgen einen Liter Brennnesseltee trinken und im Verlauf des Tages noch bis abends eineinhalb bis zwei Liter Flüssigkeit, Wasser, Tee oder was auch immer zu sich nehmen, dass dieser ganze Kreislauf sehr gut ausgeschwemmt und gereinigt wird. Ja, und das ist die häufigste Ursache, wie gesagt, diese Themen von der Blasenentzündungen und die, wie gesagt, sind nicht nur einfach rein bakteriell bedingt, sondern zu 80 bis 90 Prozent meiner Klienten, wie gesagt, psychisch, physisch bedingt, mit seelisch bedingt, was man dementsprechend auch auflösen darf. Ich danke dir fürs Zuhören und trinke viel, schau zu dir, schau, wie man mit dir umgeht und geniesse das Leben. Danke dir fürs Zuhören, bis bald, dein Professor des Lebens.